Ah, endlich, es ist soweit. Erster Tag unseres Internet-Cafés. Guck dir mal, wie der geht. What the fuck? Wer ist er denn? Ein Bettler. Was willst du? Mein Name ist Ramo Tringeler. Okay. Wayne's Absteiger. Is this cafe ever? Erstmal hier aufmachen. Ah, sieht schon richtig clean aus hier. Hier, der schöner Tisch zum Gaming und ein Sessel. Warte, ich brauch noch einen Computer. Boah, hab ich einen räuligen PC. Ja, heilige Mutter. Boah, der braucht ja fünf Jahre, der PC. Was ist denn das für ein Ding? Alter, ich weiß nicht mal, wo man hier was kauft. Ich bin überfordert mit Internet. Ich komm mir vor wie ein 70-Jähriger. Was ist jetzt? Strom ist aus. Alter, was ist das für eine räulige, räulige... Scheiße hier. Jetzt ist schon Nacht, Mann. Ich brauch endlich Computer. Die ganzen Computer-Freaks kommen heute Nacht zocken. Jetzt bootet das wieder fünf Jahre. Die Leute wollen zocken mit mir. Boah, der sieht geil aus. Das kaufen wir auch noch, was ist ein Spiel-Automaten? Ah, Keyboard brauchen wir auch noch. Du bist unmächtig. Was ist denn jetzt passiert? Bin ich denn... Ich bin einfach unmächtig geworden. Und meine Alte sitzt auch noch immer hier. Alter, ich muss mein neues Zeug abholen, was ich bestellt habe. Boah, Erdbeben. Boah, wie das alles ruckelt hier. Was geht denn jetzt ab? Aus dem Weg. Ich muss meinen neuen Computer abholen. Boah, wie dieser komische Gollum. Ich hoffe, es ist noch keiner da gewesen. Die haben meinen Tisch drum geworfen. Soda, es ist fertig eingerichtet. Der Gaming-Raum sieht aus wie aus der Hölle. Leute, kommt rein hier in meinen super Gaming-Room. Er läuft rein, was macht der? Er will zocken. Ja, Mann. Richtig, wird reinzocken auf diesen scheiß Klappstuhl hier. Er sitzt einfach nur da und schaut den leeren Bildschirm an. Geil, Mann. Ich habe mein erster Kondi und er ist ein Frick. Die Weimer, komm mal auch rein. Was macht sie? Schminkt sie sich hier oder was? Das ist kein Schminkautomat. Nee, ihr Frauen sind so lost. Schönen guten Tag. Boah, was hat die denn für einen Buckel? Hast du Probleme? Was soll ich dir googeln? Soll ich dir einen Arzt rufen oder so? Was hatten die für Hände und ihre Tidys, Alter. Das ist ja voll die Missgeburt hier. Scheiß, egal. Hauptsache, sie gibt mir Money. Das Mauspad ist ja voll epic, Alter. Das ist das Mauspad ist so groß wie die Maus selber. Ja, leck mich. Oh, ich hoffe, ihren Rücken geht es bald besser. Jetzt machen wir hier mal zu. Die hat nicht gezahlt. Ich weiß, Bricks. Die hat nicht gezahlt. Oh mein Gott. Ich werde einfach totgeschlagen, wenn jemand nicht zahlt, oder was? Das ist irgendwie eine komische Brickschuh hier. Dieser komische alte Mann, Alter, wie der geht. Und dann sitzt hier einfach Bine Meier in schwarz. Boah, wer ist er denn? Jetzt ist der Glöck noch vor meiner Tür. Wo bin ich hier gelandet, hier? Oh, wow. Das sieht ja nett hier aus. Rabbit Club. Alter, geil, Mann. Der Barmann hat einen Schlaganfall. Hier richtig geiler Flug. Er denkt auch, er ist irgendwo im Kongo unterwegs. Ey, das Spiel ist ja doch nicht so scheiße. Privaten Dance. Ich habe fast kein Geld mehr, aber du bist hässlich. Geh weg von mir. Oh, Bruder. Privater Tanz, gib ihm. Hier geht es mir einfach zu Bild ab. Kann ich irgendwo saufen? Kann ich mich hier tot saufen? Geh mal weg, du Bastard. So, geile Weiber hier. Guck sie dir an, Alter. Du Scheiße, sind das gigantische Dinger. Best Game ever. Egal, ich muss hier wieder raus. Das Scheißhaus. Holy Jesus. Der. Wer ist denn er, Alter? Bruder, ist alles okay bei dir? Der sieht irgendwie ganz leicht fertig aus. Geiler Club, Brudi. Richtige Huren so. Dig, ich muss meinen Kaffee aufmachen. Ich brauche, Mann, ich habe fast kein Geld mehr. So, zweiter Tag hier in Twain's Absteige. Kommt herein, kommt herein. Das ist der beste Gaming Room ever. Guck, der sprintet richtig rein. Oh, der nächste. Was Scheiße. Der hat ein Scheißsymbol über sich gehabt. Will er reinkacken oder was? Der will reinscheißen hier. Auf hier, du Witzer. Verpiss dich. Der ist einfach ein anderes Level. Ja, ihm ist es egal. Ich hoffe, es hat Ihnen gefallen. Das ist einfach best Game ever hier. Nein, Mann, jetzt kommt der Bienenmann auch noch vorbei. Oh, er will mir einen Stuhl klauen. Das ist hier eine gefährliche Gegend. Ich meine, wenn dir dieser 50 Cent Gartenstuhl hier geklaut wird, Digga, was sind das für arme Menschen? Und wieso laufen die eigentlich alle, Digga? Oh Gott. Komm rein, Digga. Ich knall dich in meiner Ecke da hinten. Die kommt auch rein und schreit irgendwas, Digga. Ich bin hier keine Nervenanstalt. Ich muss hier mal putzen. Die scheißen mir überall hin. Ey, hier muss man sprühen. Du stinkst auch ein bisschen hart. Boah, das ist ein Wolf von meiner Tür. Kommt herein in meinen Laden, junger Mann. Junge Dame, kommen Sie rein in meinen Laden. Nicht schüchtern sein. Ja, drin bist du. Hahaha. Boah, wieso guckt der sich an? Der guckt sich ja wirklich als Pornos an, du Ickiger Bastard. Wer kommt denn bitte in ein Internet-Café rein und guckt sich Pornos an? Ich meine, wenn der jetzt zum Keksen anfängt, fang ich das Weinen an. Der klaut meinen Pizzi. Oh mein Gott, der bleibt mühser. Eißer, ich muss ihn durchschlagen. Oh, Bastard. Jetzt sieht das Keyboard eh schon aus, als hätte jemand dreimal draufgekackt. Aber der Typ klaut es mir trotzdem. Wo sind denn wir hier? In welcher Gesellschaft? Und das kla... Oh mein Gott, der konnte nicht fertig seine Filmchen schauen. Oh mein Gott, jetzt hat der Pornos angeguckt und jetzt prügelt er mich auch noch tot. Das ist alles ein schlechter Scherz hier. Das ist alles ein schlechter Scherz. Der nutzt meinen Computer und jetzt schlägt er mich tot. Oh mein Gott. Der Typ hat jetzt stundenlang Schmuddelfilme geguckt und hat mich zum Schluss verprügelt. Willst du mich eigentlich komplett verarschen? So, der Nächste ist hier. Was guckt er sich an? Er guckt sich einfach Verkehrsvideos an. Oder ist der Typ lost? Der Nächste, der nicht zahlt. Alter, ich weiß nicht, was ich hier tun soll. Er zahlt auch nicht. Ja, ich boxe euch alle tot. Er killt mich auch. Da ist einer. Er will zahlen. Er geht jetzt genauso. Ja, ich hier zahle tot. Willst du mich dumpsten, Alter? Bin ich hier entweder gefickte oder was? Die nüpfeln alle in mein Zeug und dann knallen sie mich weg. Jetzt brennt die Kiste auch noch. Was machst denn du da? Die Frauen, was machen... Sie läuft einfach weg. Sie zündet meine... Sie läuft... Oh mein Gott. Was ist er denn? Ich kann das Spiel nicht mehr. Ich kann nicht mehr spielen. Da tanzt dieser Klagenfalljunge einfach noch immer. Ich kann das Spiel nicht mehr